Teil 4 Sie zog die Hose an. Der Stoff war steif und knisterte bei jeder Bewegung. Sie knöpfte den Blazer zu und drehte sich zufrieden vor dem Spiegel. In Uniform sah sie erwachsener aus als sonst. Chrissy sperrte ihre Sachen in den Spind, schlüpfte aus der Garderobe und ging über den Korridor zur Tür mit der Aufschrift »Zum Foyer«. Raymond lümmelte auf den Stufen des Treppenaufgangs. Er fummelte an seinem Ohr herum und starrte mit düsterer Miene Löcher in die Luft. »Hey, Pfoten weg vom Ohr«, wisperte Chrissy. Seine Hände verschwanden in der Jackentasche. Er stand auf und musterte sie von oben bis unten. »Du siehst ja fast britisch korrekt aus. Was so ein bisschen Uniform ausmacht. Wir gehen gleich nach oben. Ich habe die Ehre, dich in den Job einweisen zu dürfen. Wir melden uns bei Sid. Der freut sich schon auf dich.« Sie stiegen die geschwungene Treppe hinauf. Rechts neben dem Eingang zum Zuschauerraum war die Bar. Sid, Barkeeper und Organisator des Offstage-Betriebs, kontrollierte die Getränkebestellung. Er sah auf und winkte. Seine tiefe Stimme vibrierte durch die Bar. »Welcome, Chrissy. How are you today?« Er lächelte, als Chrissy eine Verbeugung andeutete und in klarem Englisch antwortete. »I'm fine, thank you. And how are you?« »I'm fine too, thank you. And isn't the weather very nice?«, meinte er und blickte zur Bardecke. »Oh yes, indeed«, antwortete Chrissy und inspizierte den restaurierten Stuck. »Very beautiful.« »Hört auf«, unterbrach Raymond den Schulbuchdialog. »Gleich. Aber ein bisschen gepflegte englische Konversation muss zwischendurch auch mal sein«, erwiderte Sid. »Gepflegt? So ein Quatsch, so redet doch keiner von uns.« »Eben. Aber sie hat ja mich.« »Eine Nicht-Britin wie Chrissy muss einen Upper Class Smalltalk jahrelang trainieren. Denk an die feinen Nuancen«, brummte Sid vergnügt und wandte sich wieder zu Chrissy. »Hier hast du eine Kopie vom Plan des Zuschauerraums.« Siehst du, die Reihen sind entsprechend der Preiskategorien farbig gekennzeichnet. Die teuren, mehr grün markierten Plätze haben mehr grüne Eintrittskarten. Zu den jadefarbenen Plätzen gehören die jadefarbenen Eintrittskarten etc. etc. »Du wirst schnell kapieren, wohin du die Leute dirigieren musst. Raymond führt dich rum, damit du dich vor Ort orientieren kannst.« »Alles klar.« Sie betraten den Saal. Die Deckenbeleuchtung war eingeschaltet. Aus Stucklampen in Muschelform strömte farbiges Licht. Grün, Blau, Amber. Die Farben zauberten im Saal eine magische Atmosphäre. Die Bühne war von einem smaragdgrünen Samtvorhang verdeckt, aber die Geräuschkulisse verriet, dass Leute auf ihr herumhantierten. Sie gingen zum Mittelgang und verglichen den kolorierten Plan mit dem tatsächlichen Aufbau des Theaters. Raymond brauchte nicht lange, um Chrissy alles zu zeigen. Schräges Geigengequietsche ließ sie aufhorchen. Sie setzten sich in die erste Reihe und lauschten dem Soundcheck, bis Sid sie zu sich rief, um Chrissy den Rest seiner Crew vorzustellen. Endlich war es soweit. Die Besucher strömten die Treppe hinauf. Raymond und Chrissy standen rechts und links vom Saaleingang, kontrollierten die Karten und wiesen die vorwiegend jungen Leute zu ihren Plätzen. An diesem Nachmittag war die Vorstellung bis auf den letzten Platz ausverkauft. Alles schwatzte durcheinander und das Sprachgewirr hörte sich an wie Hummelgebrumm. Raymond lud Chrissy einen Packenprogrammhefte auf. Sie ging durch den Mittelgang und bot sie zum Verkauf. Der Gong ertönte und erwartungsvolle Stille kehrte ein. Der grüne Vorhang wurde gehoben. Eine weiß gekleidete Fee schwebte auf dem Rädchen eines Riesenchronometers durch die Lüfte und sang. Chrissy brachte eilig die übrigen Hefte an die Bar, kehrte zurück und blieb links von der Ausgangstür stehen. Aufmerksam verfolgte sie das Geschehen auf der Bühne. Kurz vor der Pause riss Raymond sie aus ihrer Verzückung und schob sie aus dem Zuschauerraum. Wir müssen die Bauchläden mit dem Eis holen, erklärte er. Sie folgte ihm in die Bar. Sid hatte bereits alles vorbereitet und Raymond schnallte Chrissy einen gut bestückten Bauchladen um. Ganz schön schwer, ächzte sie. Die ungewohnte Last drückte auf Schultern und Bauch. Da gewöhnst du dich gleich dran. Außerdem ist das Eis schnell verkauft, nur keine Panik, beschwichtigte Raymond und schnallte sich geübt seinen Bauchladen um. Chrissy schwankte ihm zweifelnd hinterher. Die beiden kamen beim einsetzenden Applaus in den Saal. Die herausströmenden Kids kauften Chocolateschips oder Dutch Vanilla und die Pfunde wechselten ihre Besitzer. Nach der Pause verstauten sie die übrig gebliebenen Eisbecher im Eisfach der Bar und rechneten mit Sid ab. Du hast für Nachmittag ganz schön viel Trinkgeld eingenommen, meinte Sid anerkennend zu Chrissy. Sie hat wahrscheinlich immer falsch rausgegeben, stichelte Raymond. Du bist ja nur neidisch. El-Faba sang gerade ein Solo, als sie ihren Platz an der Tür wieder einnahm. Kurz bevor Chrissis ganze Aufmerksamkeit vom Geschehen auf der Bühne wieder gekapert wurde, spürte sie ein Kribbeln im Nacken. Sie schaute sich um. In der zweiten Reihe hatte sich ein älterer Herr von der Bühne abgewandt und starrte zu ihr herüber. Beiläufig löste sie ihr Haar, ließ es vors Gesicht gleiten und linste unter den Strähnen hindurch. Jetzt steckte der Mann eine 25-Pence-Münze in den Schlitz am Opernglashalter, zog das Opernglas heraus und nahm wieder den Ausgang ins Visier. Chrissy drehte sich zu Raymond. Er lehnte am Türrahmen und lauschte dem Gesang mit geschlossenen Augen. Von seinem Ohrring ging ein mattes, grünes Leuchten aus, das abebte und gleich wieder aufleuchtete, wie eine Taschenlampe mit Wackelkontakt. »Hey!« raunte Chrissy. Raymond öffnete die Augen und sah das Leuchten. Verdattert langte er an sein Ohr, fluchte und verließ seinen Posten. Der Mann erhob sich ebenfalls und schob sich an den sitzenden Zuschauern vorbei. Er bedachte Chrissy mit einem schleimigen Lächeln und eilte Raymond hinterher. Chrissy biss sich nervös auf die Lippen. Raymond kannte sich im Apollo besser aus als sie. Er wusste bestimmt, wohin er sich verdrücken konnte. Zehn Minuten vergingen. Zuerst kam der Mann zurück. Kurz darauf schlich Raymond herein, nickte nur, verschränkte seine Arme und starrte muffig auf die Bühne. Der Saal vibrierte am Ende des Musicals, die Zuschauer klatschten und trampelten. Schließlich gingen die Muschellichter an und Kaffeehausmusik kam aus den Lautsprechern. Das Publikum erhob sich geräuschvoll und ein Strom gut gelaunter Leute floss an Raymond und Chrissy vorbei. Als der Mann den Theatersaal verließ, ignorierte Raymond ihn demonstrativ. Chrissy beobachtete seine Begleiterin. Die Frau suchte geradezu den Blickkontakt, lächelte, stolperte über die Schwelle und rempelte Chrissy an. Entschuldigung, habe ich Ihnen wehgetan? Das tut mir leid. Schon okay. Chrissy rieb sich den Arm. Ach, Sie sind Deutsche. Man hört es ein wenig an der Aussprache. So ein Zufall. Sie schickt mir der Himmel. Ich suche jemanden, der mir bei einer Übersetzung hilft. Nur ein paar Zeilen. Nichts Schwieriges. Und ich zahle gut. Was? Ich? Nein, danke. Überlegen Sie es sich. Rufen Sie einfach an, sagte die Frau, reichte Chrissy ihre Visitenkarte und verschwand. Raymond bahnte sich zu Chrissy durch, nahm ihr die Karte aus der Hand und starrte auf die geschwungenen Lettern. Institut Reading. Paraphysik und Phänomenologie. Paraphysik? Phänomene? So ein Quark hat uns gerade noch gefehlt, motzte er und steckte sie in seine Jackentasche. Das war Teil 4 von Scromax London, die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de www.spx-sp Premier.de Vielen Dank.